Olli und Jana suchen Weihnachten. Ich bin die Gabi Molz hier vom Evangelischen Familienzentrum Rheinpiraten. Wir sind vom Bildungswerk und haben heute beim Lebendigen Adventskalender mitgemacht. Es war sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele gekommen sind. Es waren ehemalige Kindergartenkinder da, ehemalige Eltern da. Die Eltern haben Zeit gefunden, in der Weihnachtszeit noch zu kommen. Alle wohnen ja nicht in Ruhrort und das ist schon sehr, sehr schön. Hinterher gibt es dann für die Kinder Kakao und für die Eltern Glühwein. Richtig, immer. Stoßen wir mal einmal an. Prost. Wer möchte Kakao? Das hat das schön gemacht, bitte. Lass uns euch schmecken. Lass uns euch schmecken.